Ich weiß, ich habe dieses Video schon in einer Version hochgeladen, aber hier ein bisschen zusammengeschnitten. Moin Thomas, hör mal zu. Ups, was ist das? Ja, tschau, hallo. Hallo Thomas, hör mal, ich habe dich in meiner Freundesliste gefunden. Wie kommt's? Keine Ahnung. Mein erstes Live. Willst du Fehler sein? Das war bestimmt ein Wort, ne? Es war der 13. März. Nein, so in Ordnung, oder? Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Was ganz ein Niederschöner? Geil, nachmittags. Ich habe nur Eissi getrunken. Geil, mit Eiswürfel drin. Ohne jetzt eingebildet zu sein. Wo ist so ein Schwammding? Kennst du TikTok? Kennst du TikTok gut? Nein, nicht so gut. Nicht so gut? Bin ich der Meinung, ich sehe besser aus als er, obwohl ich verschlafen, aber meine Frisur sitzt, er wird vertaft. Er sieht mehr geleckt aus, ich bin überhaupt nicht der Hater, gar nicht, aber wir müssen verstehen. Das ist erstes Mal live. Ich wusste nicht, was in Match ist. Ich habe es ein bisschen schneller aufgespült, weil die Aufmerksamkeit von allen Menschen, wenn man sehr klein ist. Willst du mir antworten, ist dein Mikrofon kaputt gegangen? Oder man passiert dabei nichts? Du hast ja gesagt, dass ich nicht reden darf. Du darfst nicht reden, du musst leid zu sein. Und wir... Reden, ja? Ich weiß, dass ich nicht so leid zu sein, Mann. Weisst du? Thomas, du musst leid zu sein. Moin. Ich darf nichts sagen, dann sagt er das Mikrofon und bla 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 und dann... Deswegen, mit dir macht das keinen Spaß. Ja. Okay. Der Witz ist, jetzt, nicht einmal dreieinhalb Monate später, habe ich über 12.000 Follower. 12.000 Follower. Entschuldigung, ich hatte gerade einen riesen Arschloch aus Perfektion. Und ich sage auch, eins, ein riesen Arschloch. Und ich mag alle und danke.